Wir sind die Elea GmbH und wir sitzen hier in Quartenbrück im nördlichen Landkreis Osnabrück. Elea produziert Maschinen zur Anwendung eines innovativen Verfahrens, gepulste elektrische Felder, und das dient zur Vorbehandlung von Lebensmitteln. Das heißt, das Lebensmittel wird mit Hochspannungspulsen behandelt. Durch die Anwendung der Technologie lassen sich Lebensmittelproduktionen deutlich nachhaltiger gestalten. Es lässt sich Energie einsparen und natürliche Ressourcen können geschont werden. Der Exportanteil liegt bei 90 Prozent und wir exportieren praktisch in die ganze Welt. Das geht von Nordamerika über Südamerika, Südostasien, Japan, Europa, Afrika, Neuseeland und Australien. Wir sind überall vertreten. Act global, think local. Also wir müssen uns jeden Markt einzeln anschauen. Jeder Markt hat seine eigenen Begebenheiten, seine eigenen Besonderheiten. Und darin liegt ja die Stärke von Elea mit den regionalen Partnern vor Ort, die Sprache sprechen. Weltweit werden etwa drei Viertel der Pommes mit unserem Verfahren behandelt. Das macht uns stolz, dass wir dieses geschafft haben, zusammen als Team das von dem belächelten Verfahren dann wirklich in die Industriereife und in die Marktreife zu überführen. Weltweit werden etwa drei Viertel der Pommes mit unserem Verfahren behandelt.